ist das frankie frankie sunshine tv hallo liebe freunde von frankie sunshine tv heute ist tag eins der aufzeichnung der kochprofis und ich bin natürlich mittendrin statt nur dabei die vorbereitung laufen auf hochtouren so eine unserer letzten aktion es sei denn es kommt noch was aber das soll jetzt die letzte aktion sein wir holen die fast tiefgefrorenen fast tiefgefrorenen rosen ab als blumen dekoration oder für die tische was ich euch noch gar nicht gesagt habe der gordon ist natürlich nicht irgendwer wir kennen uns seit 1900 schlag mich tot 1994 glaube ich war es und haben jede menge unfur getrieben in der deutschen fernsehlandschaft natürlich immer backstages klar so wie heute also bis später frankie sunshine so jetzt immer bei maria antonia macht erst um fünf uhr auf jetzt ist 20 vor war sabine hat angerufen jetzt ist maria antonia da und jetzt können wir die blumen abholen für unsere blumendeko herrlich schon wieder 20 minuten eingespart und wir sind jetzt überpünktlich und hängen der dispo nicht mehr hinterher also bis spät hallo vor pause ja vor pause jetzt mal auf wo macht pause und macht frankie sunshine werbung buch bei frankie sunshine und die welt ist in ordnung kann ohne der besorgt sie musst du noch brauchst ja und zwar mit trompeten mit trompeten jawohl bittet bittet gott läuft ja der schweiß läuft Sunshine Frankie!